Hello darkness my old friend Das... Das war ein Spieler. Oder? Killer. Der Ernst? Er hängt da unten. Ich denke, hä, was hat der für'n Helm auf? Ja, hallo meine Freunde. In diesem Raid sind wir diesmal auf Factory unterwegs. Unter anderem, um die Quest Silenced Caliber zu erfüllen. Also hieß es für uns, den Gegnern ordentlich Schrot um die Ohren zu ballern. Aber auf Factory ist auch das nicht wirklich einfach. Und wieso, weshalb, warum, seht ihr in diesem Video. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt einfach nur noch viel Spaß. Da wohl mal die Leiche hat. Da höre ich jemanden auch schwer atmen. Ja. Ja. Bist du bei mir? Nein, ich habe unter dir geschossen. Unter dir ist er. Was ist der Fehler? Kann ich den haben? Ja, jetzt lauf! Hol ihn hier! Hol ihn hier! Wo bist du denn? Das wäre so geil. Hab ihn. Geht's hin? Oh Gott! Ist der Spieler? Ja. Hast du gerade geschossen? Ja, ja. Hier ist ein Spieler. Den Fenster sehe ich hier nicht. Hab ihn. Oh, eine Hex-Grid. Nice. Können wir hier rechts rum und durch den Dingser? Können wir. Da können aber gleich welche sein, ne? Ja. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Ja, dann geh um die Ecke. Kannst du noch irgendwie gehen oder so? Ich bin gerade... Ja, gleich. Ich muss bloß meinen Kopf, Alter. Ich muss kurz Kopf von Kopf und Brust holen, dann kann ich mich gleich irgendwo hinbewegen. Komm mir gleich rechts in den Raum. Ach, der Raum ist ja zu. Ach da. Ja. Junge, ich bin in ihn reingesprungen. Bis der die Knarre wieder nach vorne gezogen hat, ne? Scheiße. Ich hab kein... Mein letztes Surf ist raus. Ja, ich leg dich gleich hin. Danke. Okay. Okay, ich muss da hingehen. Okay. Jetzt hab ich aber den CMS, ne? Ja. Ja, danke schön. Ich bin oben im dritten. Ich bin oben im dritten. Có da? Ja? Oh Gott. Was? Ich komme. Bist du? Nein! Zweiten Stock oben. Ach man, das waren so viele, ey. Die haben alle gehustet wie Sau. Geh. Das ist ein Stang, der Witz ist bei der Weg. Da lässt du gleich nix rein, ne? Ja. Alter. Damage Deer to Body 701 Ist das die von dir? Ja, könnte gut sein Schießt noch irgendwas auf die Warte, von 19 Schuss, 18 Hitcounts, ne? Der MP7 hat mich gekillt 's Geh! ohhhh das okay der und das Ich will dich nicht mehr verletzen, blöde Gehege! Gehe, blöde Gehege! Gehe, schlau, schlau, blöde Gehege! Schlau, blöde Gehege, schlau, blöde Gehege! Gehe, schlau, blöde Gehege! Ich will überleben, dass du lieben. Ich muss da auf der Treppe liegen, genau. Äh, deine Knarre. Ja, da bei den Duschen da unten reinschmeißen. Äh, ja. Der Typ hat ne scheiß Slick angehabt. Der hat trotzdem ganz schön rumgestöhnt. Äh, ja. 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 Ich hab die so weichgeklopft beide, alter. Aber die wollten einfach nicht umfallen, man. Äh, ja. I'll do you what's go. 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 Vielen Dank.